So, ganz schnell, bevor ich in die Nachtschicht eintauchen muss, gucken wir noch schnell, was in den 15. ist, als ob das irgendwas wäre, was jetzt irgendwie Wunder anders wäre. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß immer gar nicht, wo er ist. Also das nächste Mal nehme ich wirklich einen besseren Kölner. Was heißt dran? Oh Gott. Was haben wir denn da? Ja, was haben wir denn da? Oh, was ist das denn? Dann ist das so eine, so eine, so eine doofe Tür, die man nicht richtig hat. Ach Mann. Doch. Naja, doch, immerhin. Sieht ein bisschen eleganter aus. Oh, na gut. Dann hat man an mich gedacht. Mit einer Kaffeefüllung. Töstlich. Viel besser geht's jetzt aber auch nicht weiter. Ich hab den 15. schon gefunden. Zum vierten Mal. Nee, ja. Tut mir leid, wenn du das jeden Tag hast. Irgendwann hängt es in so einem Hals raus. Wahrscheinlich mehr an mir als euch. Beim nächsten Mal wird's irgendein Kalender mit irgendwelchem Schnickschnack drin oder irgendein Rotbäckchen-Kalender. So, 15. Was für ein Quatsch. Wird das jetzt angedreht? Der Kalender hier ist wirklich die größte Enttäuschung. Ja, ich hab's gefunden. Die Kerze schreit schon. Der Spruch ist scheiße. Oh Gott. Und ich muss mal sagen, diese Pappe hier, man macht's ja oft. Es reißt gleich ein. Das ist wirklich, man muss es mal so sagen, wie es ist. Billig gemacht. Wirklich billig gemacht. Manchmal hilft nicht mal mehr heulen. Das glaube ich allerdings auch bei dem Scheiß hier. Das ist so ein Unsinn. Puh, ist das schlecht. Da. Danke fürs Antun. Wir sehen uns im Morgen. Tschüss.